54. Spielminute, sein Doppelpack, mit der 18, Matthew Dalma! ...Tor für der 1. Jahr im Jahr 2, Torschütze mit der Nummer 12, Matthew Dalma. ...Tor für der 1. Jahr im Jahr 2, Torschütze mit der Nummer 12, Matthew Dalma. 62. Spielminute, das 2 zu 0 für Arminia Bielefeld, wiederum der Torschütze mit der Nummer 12, Matthew Dalma. . . . Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Applaus Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.